Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 26.03.2024 und unser DAX, der zieht hier weiter seine Bahn, ja, wie auf Schienen, scheint sogar regelrecht drüber zu schweben, deswegen das Bild von der Magnetschwebebahn. Wir sind gestern dahingehend auseinander gegangen, dass wir gesagt haben, dass weitere Errochs in jedem Fall eingeplant werden müssen und wir uns nach unten ein bisschen an der 190 orientieren hätten können oder sollten, um festzustellen, wenn er die 190 aufgibt, 190 ist der Rücklaufbereich, wenn er die aufgibt, sollte er nach unten ein Fenster aufmachen, um dann unter 140 ein Umkehrsignal auszubilden, wenn er aber nur auf der 190, 200 nach oben auftritt, hat man klar gesagt, wäre das eher ein Grund dafür, dass er weitere Hochs nachlegen kann und genau das hat er getan, hat sich auf der 190 sogar untergeordnet, das war schön zu erkennen, mit einer kräftigen grünen Kerze, anschließend, nachdem er kurz drunter getippt hat, super schön wieder rausreaktiviert und dann auch anschließend neue Hochs erreicht, mit dem neuen Hoch, allerdings bin ich noch nicht so ganz zufrieden, da könnten noch ein paar Punkte drauf kommen, riecht sonst auch schon wieder nach einer kleinen Verkeilung hier, aber würde jetzt auch zum Dienstag erstmal noch sagen, solange er in der Bewegung bleibt und damit können wir eigentlich nur das wiederholen, was mir wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue sagen, solange er in der Bewegung bleibt, hat er einfach auch immer noch die Chance, das weiter fortzusetzen, egal wie wird das für den einen oder anderen wirkt, solange er das macht, kann er das noch, Platz nach oben, haben wir genug, Ziele haben wir noch genug, natürlich ist es überhitzt, natürlich wäre es viel gesünder, mal einen Rücklauf zu bringen, aber wenn er es nicht macht, was soll man sich da dran verfusseln halt, ne, also dann soll es doch uns egal sein, handeln solange das noch, was wir sehen und wenn dann eine Umkehr kommt, können wir die immer noch handeln, deswegen müssen wir ja jetzt doch kein Umkehr handeln, die noch gar nicht da sind, in der Hoffnung, dass er, wenn er dann vielleicht nur noch 300 Punkte oben rausläuft, wird dann hinten raus, ja, wo mit dabei sind, wenn er dann noch 1000 weiterfällt oder, das ist halt immer so die, die Kernfrage, die man sich stellen muss, dann sage ich doch lieber, dann verpasse ich halt oben, dass ich im Top Short bin und bin dafür noch so lange, wie das geht, eben im Trend mit dabei, ja, von daher, eigentlich gleiche Tenor wie die ganzen letzten Tage, ähm, Umkehrsignal ist noch keines da, es würde sich verdichten, wenn wir am Dienstag unterhalb von 1,70 arbeiten würden, auch 1,40 unterbieten würden, könnte sich 1,1 einleiten lassen, ähm, äh, Hauptziel wäre dann erst einmal die 1,40, aber auch da muss man sagen, es wird Stand hier jetzt schon wieder eine ziemlich gute Passion, also auch an Bereiche, auf dem der Markt, wenn er Dienstag, Mittwoch zurücksetzen sollte, weil er einen Turnabout anspielen will, ähm, sogar dann von dort wieder hochdrehen könnte und auch nochmal neue Hochs nachliefern kann, aber es wäre zumindest ein Anfang, weil wenn er bis da runterkommt, hat er dann schon mal eine Tageskerze rot und so weiter und so fort, das heißt, er baut sich durchaus seine Basis, um eben tiefere Rückläufe auch zu ermöglichen. Kommt aber all das nicht, wir sehen ihn gar nicht unter 1,90 und 1,70, völlig überhaupt nicht und er tüdelt die einfach weiter zur Seite, dann kommen da auch bestimmt noch neue Hochs und das bleibt wie gehabt, 300, 3,36, Sinistation, dann 4,20 als eher größere Bastion wieder und dann noch kleinere Marken im Bereich 18,5, 32, 18,600, aber die großen, das ist dann hier nochmal die 4,20 und das ist dann die, ähm, 600 beziehungsweise 67, die dann da oben kommen, das sind ja auch auf Tagesebene die Marken. Wer jetzt sich die Frage stellt, ist denn dieser Fall jetzt hier abgeschrieben, ich würde ihn tatsächlich noch nicht ganz abschreiben, ähm, aber ich würde ihn auch noch nicht antraden, ja, also wer auf die rote Tageskerze hier zum Beispiel den angetradet hat, da hat man ja glaube ich am, hat man glaube ich für den nächsten Tag hat man eine Bedingung mitgegeben, die ist aber nicht so eingetreten, er hat nicht unter, der sollte von Beginn an dann nach unten treten, das hat aber nicht gemacht, ähm, müsste man über dem, über der roten Kerze ja auszupforten sein, ne, wenn wir das gesagt haben, haben wir das so gesagt, dass ein Stop drüber muss, das heißt, wäre man so nicht aktiv, aber wenn er jetzt, ich sag mal, und da sind wir wieder bei dem, was ich gerade im 2-Stunden-Chart gezeigt habe, wenn er denn tatsächlich hier jetzt einen roten Tagesstoß unter 1,90, 1,70 liefert, ja, wäre er in dem Fenster, das halt auch wirklich zu bedienen auf der Ebene, ja, es wäre ein Anfang, aber er muss ihn auch liefern und dann würde ich an der Stelle dann für die Folgetage eben nochmal vielleicht ein bisschen mit der Short-Brille versuchen, was rauszulesen, aber es muss ja eben auch erst kommen, stand hier, wäre rein das Bild jetzt für mich kein Grund Short zu gehen, ich möchte dafür erst irgendwie ein initiales Go, einfach eine Bestätigung, hey, hier, jetzt, ich sehe das auch so, ähm, wir schubsen den Trend jetzt um und los geht's, aber das ist noch nicht da, ja, und von daher, wenn er einfach nur ruhig bleibt, ich würde weiter long handeln, was soll man sich aufregen, was soll man, das ist alles nicht gut für den Blutdruck, dann einfach long mitgehen, ein paar Punkte mitnehmen, gut ist, das viel entspannter, wenn er denn ruhig bleibt und wenn er weiter nach oben drückt, ja, gut, ich mache hier zu, wünsche euch was, kurz gelingen, bis morgen, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.